In Israel hat das Schuljahr zum zweiten Mal in Folge unter Corona-Bedingungen begonnen. Für rund 2,5 Millionen Kinder und Jugendliche öffnen am Mittwoch wieder Schulen und Kindergärten. Dabei gilt Maskenpflicht. Die Zahl der Corona-Neuinfektionen in Israel war am Tag vor Schulbeginn mit fast 11.000 Fällen binnen 24 Stunden auf einen Höchststand seit Beginn der Pandemie geklettert. Experten befürchten, der Schulbeginn könnte das Infektionsgeschehen weiter befeuern. Rund 2,13 Millionen Kinder unter 12 können in Israel nur in seltenen Ausnahmefällen geimpft werden. Etwa eine Viertelmillion Schüler müsse den Angaben zufolge an Fernunterricht teilnehmen. Entweder, weil sie in Corona-Quarantäne sind oder weil die Zahl geimpfter Kinder in ihren Klassen zu niedrig ist. Vor Beginn des Schuljahres haben die Schulen Corona-Schnelltests verteilt. Für Kinder im Alter von drei bis zwölf Jahren ist im August ein Projekt mit Corona-Antikörper-Tests gelaufen. Außerdem werden für Kinder über zwölf Jahren Impfungen in der Schule angeboten. Seit Ende Juli verabreicht das Land als erstes weltweit dritte Impfungen gegen das Coronavirus. Rund zwei Millionen Menschen sind bereits dreifach geimpft. Alle Israelis von zwölf Jahren an können inzwischen zum dritten Mal geimpft werden. Knapp 59 Prozent der Bürger haben zwei Impfdosen erhalten. Vielen Dank.